Zunächst muss sich der Künstler konzentrieren und sich ein Bild von seinem Werk machen. Endlich hast du's kapiert. Er muss den Marmor umarmen. Genau. Er muss den Marmor riechen. Nun ja, äh, okay. Er muss den Marmor ablecken. Er muss den Marmor waschen. Er muss mit dem Marmor ausgehen. Er muss wie der Marmor sein. Jetzt hab ich's. Ich seh die Skulptur schon vor mir.